Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video, heute mal wieder Kratos Computer mit dem Gaming PC X-Ware Edition 3060 Ti für 1450 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals, dieser ermöglicht euch Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem z.B. via Visa, Sofortüberweisung, PayPal usw. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zu allererst das Bild hier, das ist kein Fake, das ist einfach nur das Gehäusebild, das mit den Lüftern hier stimmt soweit, hier ist auch keine Hardware sonst großartig weiter verbaut, das heißt, das ist völlig in Ordnung, da ist kein Fake-Geblinke oder sowas nicht drin wäre, das passt soweit. Dann haben wir hier auch schon die technischen Daten, bei einigen stehen natürlich die Hersteller nicht dabei, deswegen habe ich mir einfach das Video von X-Ware zur Hilfe genommen, wo die ganzen Komponenten zu sehen sind und habe ich es einigermaßen daran ausgerichtet. Bei der Grafikkarte habe ich einfach die günstigste genommen, die gerade am Markt ist und dann kommen wir schon auf einen vernünftigen Preis. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-12400F, ja das ist die aktuelle Intel-Generation zum Zocken völlig geeignet, zum Stream sage ich ja immer, nehmt lieber ein 8-Kerner, dann seid ihr auf der sicheren Seite, hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 bis 117 Watt TDP, unterstützt offiziell 4800 MHz RAM auf DDR5 und 3200 MHz RAM auf DDR4. Das hier ist jetzt die Box-Variante und zwar ist hier der Kühler schon mit dabei, das ist auch so bei diesem PC, das habe ich in dem Video von X-Ware gesehen, die Sache ist einfach die, ich finde den Box-Kühler ein bisschen unterdimensioniert. Die werden sehr gerne sehr laut, er sagt zwar selber in seinem Video, das war alles noch im Normbereich, klar wenn ihr jetzt ein Cinebench R23 oder so drüber laufen lasst, wird der schon sehr laut und sehr warm, nehmt lieber wirklich einen anderen. Es kommt auch immer auf die Umgebung an, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Dachgeschoss sitzt, im Sommer wären es da 30 Grad oder so drin, dann wird das schon schwierig für den den Prozessor zu kühlen, auch wenn ihr nur zockt ganz normal. Ihr werdet jetzt natürlich nicht immer ein Cinebench oder so laufen lassen, nur auch wenn ihr mal auf die Idee kommt ein Video zu schneiden oder so, das machen einige Leute tatsächlich, dann wird es beim Rendern schon sehr laut und das ist schon happig, deswegen konfiguriert es lieber anders. Und der kostet 178 Euro bei MindFactory. Als Grafikkarte bekommen wir Nvidia RTX 3060 Ti, 8 GB. Wir nehmen jetzt in dem Fall eine Zotec Karte, er hat in seinem Video zwar eine MSI Karte, die nehmen aber auch nur das, was sie am günstigsten kriegen, deswegen steht auch kein Hersteller dabei. Ihr wisst ja, die aktuelle Grafikkartenlage bessert sich zwar, die Preise werden auch günstiger, nur die haben jetzt trotzdem nicht die große Auswahl, was sie reinbauen. Eine 3060 Ti ist auf jeden Fall für AAA Titel auch geeignet, wenn ihr streamen wollt, würde ich auf was stärkeres zurückgreifen, es kommt nur noch auf anderen welchen Settings. Spielt ihr Full HD, könnt ihr damit auch streamen, wenn ihr über die Grafikkarte rendert. Spielt ihr WQHD, da wird schon ein bisschen Leistung von der Grafikkarte noch abgezwackt, deswegen würde ich mir das doch stark dann überlegen, ob ich nicht dann eher einen stärkeren Prozessor nehme und darüber rendere, damit die Grafikkarte nicht so belastet wird. Aber ansonsten ist das völlig in Ordnung. Ich zeige euch gleich mal noch die FPS Testergebnisse aus seinem Video. Er hat so ein schönes Diagramm da drin, dann brauchen wir uns kein Video bei YouTube dafür angucken. Also es ist ein Video auf YouTube, aber es sind halt seine Ergebnisse, die er selber getestet hat. Und die kostet aktuell 682,99 Euro bei Octo IT. Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 3600 MHz dran. Da steht jetzt wieder kein Hersteller bei, RGB Beleuchtung habt ihr auf jeden Fall nicht. In seinem Video war es der Patriot Viper Steel, den nehmen wir jetzt auch so. 3600 MHz finde ich gut, dass er es genommen hat, weil viele Systeme laufen auf 3000 oder 3200. Der kriegt dann noch ein paar FPS-Punkte mehr. 16 GB sind in der Preisklasse auch noch in Ordnung. Solltet ihr auf die Idee kommen, wirklich anspruchsvolle Titel oder so zu spielen oder wirklich streamen zu wollen mit diesem System, rüstet auf auf 32. Da seid ihr auf Nummer sicher. Ich habe auch 32 im System und wenn ich spiele alleine ohne Stream, kommt drauf an, was ich noch so offen habe, Discord oder so, dann wird das auch gerne mal schnell voll. Aber für das System völlig ausreichend. Und er kostet 74,94 Euro bei Galaxus. Als Mainboard bekommen wir einen Gigabyte B660M DS3H DDR4. Es ist wieder ein Micro ATX. Das ist immer schwierig in dieser Preisklasse darüber jetzt zu meckern oder eben nicht zu meckern. Ich würde mir einen Full ATX wünschen. Allerdings reicht es natürlich für dieses System völlig aus, wenn ihr jetzt wirklich nur da ladeln wollt und euch nicht dafür interessiert, was ihr noch erweitern könnt, dann seid ihr mit dem Micro ATX auch gut bedient. Klar, es sieht auch immer so ein bisschen verloren aus, wenn ihr ein Full ATX-Gehäuse habt, ein Micro ATX-Bord drin verbaut ist. Naja, finde ich ein bisschen schade. Ist auch nur der B660M-Chip-Satz. Das heißt im Umkehrschluss, ihr könnt eh nicht übertakten, was mit dem Prozessor auch nicht vorgesehen ist. Solltet ihr auf die Idee kommen, irgendwann mal einen K-Prozessor zu verbauen, wird es natürlich ein bisschen schwierig mit dem Übertakten. Für das System aber erstmal ausreichend. Hat hier oben auch leider keine gekühlten Spannungswandler. Das ist ein bisschen ärgerlich. Mir wurde in einem Hardware-Rad-Video mal gesagt, ja gut, das sind wohl die Spannungswandler für die Grafikeinheit, wenn der Prozessor denn eine hätte. Hier hat sie keine, weil es ein F-Prozessor ist. Aber ich fände es wirklich besser, wenn die gekühlt werden. Das erhöht auf jeden Fall die Lebensdauer. Ansonsten haben wir hier vier RAM-Bänke. Das heißt, ihr könnt hinterher noch mit zwei weiteren RAM-Modulen erweitern. Ihr könnt dann auch einfach die anderen beiden komplett austauschen. Dann könnt ihr 64 GB RAM oder so reinkloppen, wie ihr möchtet. Hier kommt die SSD rein, hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten könnt ihr noch ein bisschen erweitern mit einer WLAN-Karte oder einer USB-Erweiterungskarte. Capture-Card, wenn ihr jetzt eine PCI-Express benutzen wollt, wird ein bisschen schwierig. Eine HD-Karte geht auf jeden Fall. Eine 4K-Karte von Elgato zum Beispiel würde da schon nicht mehr passen. Hier könnt ihr noch eine M.2 SSD einbauen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB-Typ C 3.1. Die Grafikanschlüsse hier werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Zweimal USB 2.0 und P-2-Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet. Ja, in der aktuellen Generation ein anderes Board wäre wahrscheinlich auch preislich gar nicht drin gewesen. Es ist nur einfach so, dass solche Boards, finde ich, passen irgendwie einen Bürorechner oder so rein. Deswegen haben die ja auch die Grafikanschlüsse und davon auch noch so viele. Wenn ihr jetzt natürlich einen Prozessor benutzt mit integrierter Grafikeinheit, ihr braucht keine Grafikkarte im Büro. Also nicht, wenn ihr Rechnungen herstellt oder so. Also ist klar. Und das kostet 109,87 Euro beim Einfactory. Was die SSD angeht, haben wir Crucial P2 1TB M.2 PCI Express SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MBD Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1800 MBD Sekunde. Die ist in Ordnung für so ein System. 1TB auch völlig angebracht. Ihr wisst ja, es gibt deutlich teurere Systeme mit 500 GB Festplatte. Das finde ich total ein Quatsch. Oder beziehungsweise SSD. Viele regen sich auch auf, wenn ich sage Festplatte. 1TB völlig in Ordnung. Es hätte auch eine Kingston NV1 oder so sein können. Ist egal. Also das ist schon okay. Und die kostet 85,90 Euro bei mein Factory. CPU-Kühler, Intel-Box-Kühler, da habe ich eben alles zu gesagt. Das Netzteil ist ein Big Wide Pure Power L 500 Watt. Ich finde es gut, dass die ein Pure Power genommen haben und kein System Power. Die System Power gehören meiner Meinung nach auch in den Bürorechner rein. So ist es halt einfach. Das Pure Power mit 500 Watt ist okay. Ihr müsst euch jetzt wirklich überlegen, wenn ihr später eine stärkere Grafikkarte holen solltet, was ja nicht immer der Fall ist. Aber wenn ihr wirklich mal irgendwann sagt, ich will nur die Grafikkarte tauschen, nehmt auf jeden Fall ein stärkeres. Ich bin beim Netzteilrechner auf 420 Watt oder so gekommen. Das heißt, die Leistungsspitzen werden auch irgendwo abgedeckt. Aber es ist halt, naja, für das System ausreichend. Aber für hinterher, wenn ihr stärkeren Prozessor oder Grafikkarten noch einbauen wollt, wird es ein bisschen eng. Herstellergarantie 5 Jahre. Leider kein Kabelmanagement. Ist in dem Preispunkt auch noch gar nicht zu erwarten. 80 plus Gold zertifiziert, das ist gut. Und das kostet 60,50 Euro bei mein Factory. Dann kommen wir jetzt hier noch zu dem Case. Das ist das Kohling Observatory. Hier haben wir es auch schon. Wird in diesem Preispunkt sehr gerne genommen. Sieht man so bei allen PCs, sag ich mal, bis 1600 Euro ab. Da kommen dann schon Bequiet-Gehäuse oder ähnliches oder Corsair zum Einsatz. Hat auf jeden Fall genug Platz für alle Komponenten. Auch für größere Grafikkarten. Hat vorne drei RGB-Lüfter installiert. Hinten hat da auch noch einen installiert. Das heißt, der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Der Prozessor wird trotzdem ziemlich warm mit dem Boxkühler. Ist halt einfach so. Und das kostet 63,23 Euro bei mein Factory. Ja, das geht jetzt auch relativ schnell. Hier sind wir schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD. Der Prozessor mit dem Kühler. Der RAM-Speicher. Die Grafikkarte. Das Mainboard. Das Gehäuse. Und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.255,36 Euro. Das System soll kosten. 1.450 Euro zuzüglich Versandkosten. Das ist auch noch so ein Thema. Ich wurde jetzt mal gefragt, wie das mit den Versandkosten ist, wenn ich so einen Geizheitslink habe. Also es ist meistens so, dass die Komponenten, sag ich mal, zu 90% bei mein Factory verfügbar sind. Baut ihr selber und lasst euch die Komponenten einzeln schicken. Habt ihr bei mein Factory keine Versandkosten zwischen 0 und 6 Uhr. Wenn ihr also nachts bestellt. Ansonsten liegen die, glaube ich, bei 7 oder 8,99 Euro. Wenn ihr ein PC da zusammenbauen lässt, liegen sie auf jeden Fall bei diesem Preispunkt. Da lassen sie keinen Versandrabatt mehr drauf. Deswegen, da haben wir das auch geklärt. Es ist keine Windows mit dabei. Falls ihr euch fragt, warum das nicht im Warenkorb ist. Das ist hier leider wirklich nicht mit dabei. Kriegt ihr dann bei meinem Partner so einen Key. Könnte USB-Stick reinstecken mit Windows. Ich habe auch mal ein Video gemacht, wie man so einen USB-Stick dann erstellt. Muss 8 GB groß sein. Dann könnt ihr einfach mit dem Media Creation Tool euch so einen Windows-Stick erstellen. Den Key von meinem Partner eingeben, dann funktioniert das auch. Also preislich gesehen, jetzt kommen wir auch mal zum Punkt, ist es okay. Wir haben eine Preisdifferenz von ungefähr 200 Euro. Die Preise schwanken, die Grafikkartenpreise sinken auch gerade, klar. Ich sage ja immer, für 150 Euro könnt ihr das bei mein Factory zusammentüdeln lassen. Das lohnt sich hier aber nicht. Ihr habt ja auch noch Garantie und sowas mit dabei. Wenn irgendwas mit der Kiste ist, könnt ihr sofort die Kiste dann da hinschicken, dann wird sich darum auch gekümmert. Alles in allem muss ich sagen, gefällt es mir nicht, dass ein Micro-ATX-Board drin ist und eben der CPU-Kühler einfach nur der Boxkühler ist. Ansonsten finde ich das ein gutes System. Klar, das Netzteil könnte man auch noch größer dimensionieren und so, aber man hat jetzt wirklich nicht mehr so viel Luft. Das sind jetzt 200 Euro für den Hersteller, die noch bleiben, fürs Zusammenbauen und so weiter. Klar, er hat Einkaufspreise und so. Da reden wir auch immer drüber. Ich habe jetzt auch schon öfters mal Kommentare von den Firmen selbst bekommen, dass die Einkaufspreise jetzt auch nicht so wunderbar sind. Kommt immer auf die Komponente an. Grafikkarten haben sie kaum Marge. Bei Gehäusen schon ein bisschen mehr. Das klären wir auch noch weiter im Discord. Ich werde heute noch einen Text fertig machen. Ich habe nämlich von XMG jetzt gerade eine Mail bekommen, wo alles so aufgeschlüsselt ist beziehungsweise wo drinsteht, okay, pass auf, so und so sieht das aus, wie die Leute da arbeiten, das dann nicht zum Mindestlohn, wie es bei anderen Firmen ist und so. Werde ich alles noch im Discord zeigen. Könnt ihr gerne joinen. Ich stütze mich jetzt, was die FPS-Ergebnisse angeht, auch auf sein Video. Das werde ich auch verlinken. Ich zeige ja sonst immer andere YouTube-Videos, wo dann die Spiele gespielt werden. Dann stehen da die FPS immer. Wir schauen mal hier. Er hat jetzt hier die Full-HD-Benchmarks mit der 3060 Ti in Kombination mit diesem Prozessor. Er sagt selber, dass er die Spiele auf hohen bis sehr hohen Einstellungen laufen lässt. Deswegen schauen wir hier mal bei Counter-Strike GO. Da hat er 472 FPS. Bei Fortnite 134, GTA 533. Assassin's Creed Valhalla war schon ein Triple-80-List, 85 FPS in Full-HD. Das ist okay. Also Horizon 5 105 FPS. Cyberpunk 2077 ohne Raytracing 86 FPS. Mit Raytracing 42 FPS. Wieso ist es einfach mal weniger als die Hälfte? Das ist krass. Das ist natürlich der Grafikkarte geschuldet. Da kann er jetzt auch nichts für. Schauen wir uns seine WQHD-Benchmarks an. Dann sind wir bei Counter-Strike bei 398 FPS. Bei Fortnite kommt es auch ganz stark darauf an, wie die Grafikeinstellungen sind. Er sagt ja so hoch bis sehr hoch. Es gibt ja auch noch kompetitiv. Dann werden die FPS auch ein bisschen schneller sein. Sprich, werdet ihr einen 144-Hertz-Monitor haben oder so. Kann da noch einiges rausgeholt werden. GTA 5 bei 118 FPS, Assassin's Creed Valhalla 68 FPS, Forza Horizon 5 91, Cyberpunk ohne Raytracing 56 mit Raytracing 33. Das würde ich schon nicht mehr machen. 56 ist okay, 33 FPS bin ich wirklich ein bisschen sehr wenig. Aber ich wäre ja nicht PC-Check, wenn ich euch nicht eine Alternative zeigen würde. Nein, diesmal nicht bei Dobaro, sondern bei Hardware-Rad. Und zwar gibt es hier auch einen Gaming-PC Intel 1200.1. Da ist eine 3060T drin, da ist der 12400F drin, auch 16GB RAM, auch eine 1TB SSD mit Windows. Ich werde das jetzt nicht großartig auseinanderpflücken. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu. Hier haben wir auch den gleichen Intel Core 5 12400F. Hier haben wir allerdings einen besseren Prozessorkühler drin gegenüber dem Stockkühler. Das gleiche Mainboard, auch 16GB RAM und Dual Channel DDR4 3600. Genauso wie der andere. Good RAM allerdings, also ohne RGB-Beleuchtung. Ist aber wie der Patriot Viper-Stil auch circa gleich von der Leistung her. 1TB SSD, auch die gleiche Lesen- und Schreibraten wie die Crucial P2. 8GB NVIDIA RTX 360T ohne Angabe des Herstellers, das heißt, da sind wir wieder sehr offen. Netzteil ist 550 Watt, 80 plus Gold. Macht jetzt auch nicht den beraten Fett, die 50 Watt mehr. Silenzium PC ist dafür halt kein Big-Wide-Netzteil. Ist ein Silenzium-PC-Netzteil. Das Gehäuse ist ein Fantex P300A, zwei Lüfter vorinstalliert. Sieht natürlich nicht so geil aus wie das Co-Link, aber kostet preislich circa das gleiche bei Geizhals. Dann gibt es noch einen zusätzlichen 120mm Lüfter. Und dann gibt es noch als Betriebssystem Windows 11 Pro 64 Bit. Das heißt, mit Betriebssystem die aktuellste Variante, die ihr jetzt gerade so kriegen könnt. Dann haben wir auch das Ergebnis. Hier ist die SSD, hier ist der Prozessor mit dem Kühler. Den Kühler können wir einfach wegschmeißen. In dem Fall ist halt wieder die Box-Variante. Hier haben wir den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den zusätzlichen Gehäuse-Lüfter. Das ist dieser CPU-Kühler, der auf jeden Fall deutlich besser ist als das Dock-Kühler. Hier haben wir das Gehäuse, ist klar, ist nichts Besonderes. Das sage ich jetzt auch noch dazu, das Bild war eben auch kein Fake. Es war einfach nur wieder das Gehäuse, so wie ich mir das auch immer wünsche. Hier haben wir auch das Netzteil und hier ist Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1399,77 Euro. Gegenüber 1300 Euro. Wir sind tatsächlich sogar günstiger als Geizhals. Zur Erinnerung, das hier ist der Preis von Krotus gewesen, beziehungsweise die Geizhalsliste. Krotus hat 1450 verlangt. Und Hardware-Raten hat 1300 für die gleichen technischen Daten. Gut, das Gehäuse ist wie gesagt ein anderes. Ihr habt ein stärkeres Netzteil, was wiederum nicht von Big Quiet ist. Habt dafür aber noch einen besseren CPU-Kühler dabei. Wenn ihr auf dieses RGB-Chicimiki ein bisschen verzichten könnt, dann nehmt den. Das sind die gleichen Punkte, die ich eben auch gesagt habe. Micro-HDX-Bot und halt so ein kleines Netzteil. Aber hey, 150 Euro gespart. Gleiche technischen Daten, gleiche Leistung. Also, das würde ich mir dann schon ein bisschen überlegen. Ich verlinke euch den auch nochmal unten bei mir in der Videobeschreibung. Das heißt zwar noch lange nicht, dass der Preis hier zu teuer ist, aber ihr kriegt es halt günstiger. Ist das so, wie es ist. Klar, ein paar Komponenten wurden getauscht, die aber die gleiche Leistung haben, wie die SSD und der RAM. Könnt ihr euch dann überlegen. Sind beide Systeme in der Videobeschreibung? Wollt ihr 1450 oder 1300 ausgeben, mit Windows oder ohne? Bleibt euch überlassen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.